Ja, Hallihallo, meine Lieben. Wir sind hier im wunderschönen Hamm. Am 13. September sind ja die Ruhrparlamentswahlen. Wir dürfen jetzt wählen und darum möchte ich hier den Bewohnern mal ein bisschen auf dem Zahn fühlen. Mitbestimmen ist ja eigentlich ganz gut, ne? Immer. Ihr müsst euch nicht mehr sein. Nein, die Vier in Viert, also die mit dem 40er. Ich nehm das auch, ja, die mit dem 40er. Boah. Haben Sie recht gehabt, ja. Schade, ich wollte das gerade einführen. Wie lautet der Slogan der diesjährigen Wahl des Ruhrparlamentes? I don't know. Doch, weißt du. Meine Lieben, war ein langer, schöner Tag hier in Hamm. Boah, ich gönne mir jetzt ein lecker Eis.